So, sammeln wir hier die letzten Sachen ein. Reicht das sogar? Nee, aber wir haben fast 50. Vier noch und die arbeiten ja noch. Okay, dann machen wir hier noch die letzten Dinger. Vielleicht kriegen wir die ja auch noch verkauft. Wir haben fast 999 Rote. Dauert zwar noch, aber wir haben sie fast. Kriegen wir auch schnell zusammen, denke ich mal. Und gleich kann ich schon wieder pennen, ey. Ja, schon fertig. Dann kann ich wieder pennen. Gibt's ja nicht. Wir haben sogar genug, nee, wir haben gar nicht genug Silber für Dings, wollte ich schon sagen. Genug Silber für... Oh, wir haben genau 50. So, was wollte ich holen für 50? Diese hier? Nein. Chirurgie? Die Toten werden dich nicht verklagen, aber du musst trotzdem vorsichtig sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Entfernen von wichtigen Teilen ein... wird geringer. Nee. Okay. Wir wollten... Diamant. Das weiß ich noch. Diamant. Wir wollten Diamant, Diamant, Diamant... Bienenfreund... Äh... Diamant, Diamant... ...Juweliertisch... Da! Sammeln! Diamant! So, und jetzt könnten wir rein theoretisch wieder beim Dingsen gehen. So, ich guck mal, will er... Oh, er will reden. Ich gratuliere. Eine neue Kirche ist eine ziemlich große Sache für unser Dorf. Bald brauche ich neue Zimmer und Tische. Jo, 10 Dinger erst mal gekriegt. Ich will nix haben. Hallo? Ich habe ein paar Fragen. Keine Fragen. Okay, ich habe doch keine Fragen. Ich will mal gucken, ob wir jetzt noch die Keramik-Dinger da verkaufen können. Ein neuer Tag. Hat er vielleicht wieder Kohle? Ich guck gleich mal. Ein neuer Tag. Vielleicht hat er ja Kohle. Und du? Nee, du willst die Dinger nicht haben. Leck mich am Arsch. Und Glas wollen die auch nie haben. Erstmal hier wieder. Bärchen. 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 So, hast du jetzt wieder Kohle am Start? Oder er ist in einer Woche wieder? Zwei Silbader. Ey, die Dinger sind auch wieder mehr wert. Nee. Kann ich gar nicht verkaufen. Doch, einen könnte ich verkaufen. Einen. So. Jetzt hat er wieder kein Geld, ne? Das dauert bestimmt wieder ein paar Tage. Das musst du dich erstmal ansparen. Na gut. Was haben wir sonst noch dabei? Will keiner ein Schwert haben? Will keiner ein Schwert haben? Vielleicht der eine? Der eine zwielichtige Typ hier oben. Ach, der ist schon zuhause. Ähm, die Bauernfrau ist schon zuhause. Hier, der hier eigentlich immer rumsteht. Und wir müssen noch angeln. Aber das sag ich auch schon seit einer Woche. Na gut. Dann gehen wir kurz zum... Äh, kurz nach Hause. Haben wir hier die letzten Sachen ein? Naja, die letzten sind das ja nicht, aber... Wie. So. Dann haben wir auch davon erstmal genug. Und können auf jeden Fall immer wieder verkaufen. So. Dann die Keramikschüsseln. Die packe ich auch mal hier rein. Okay, oder auch nicht. Das Glas packe ich hier aber rein. Das Leben würde ich auch gerne hier reinpacken. Dieses eine Glas. Und wir haben so viel Grafit. Was kann ich machen mit Grafit? Stahl. Und dafür braucht man Eisen. Und was mache ich hier mit? Weißer Staub? Papierpresse haben wir. Steinschneider 2 haben wir. Drehscheibe haben wir. Äh, Werkbank für Holz haben wir auch. Aber da kann ich auch mal eben gucken. Was wir hier noch eigentlich machen können. Ähm... Linsen. Dafür braucht man die... Wo kriegen wir das Öl her? Na gut, dann... Müssen wir jetzt mal eben... Flüchtlingslager. Hier... Hier werde ich jetzt mal eben... Mein Müll los. Ist mir egal. Muss mal Müll los werden. Hier ein Schwert. Hier noch mal ein paar Blumen. Ich pusse in die ganzen Blumen, Alter! Alles verfressen, oder was? Hier kriegt ihr auch noch ein paar... Wasser. Und Leben könnt ihr auch kriegen. Gerade keinen Platz dafür. So, wir brauchen Seide als nächstes. Küchentisch 2. Da fehlen noch 3 Punkte. Kriegen wir zur Zeit sowieso nicht. Okay. Aber heftig. Einfach... Haare vom Kopf gefressen. Poing! Ja! Eine Biene dabei! Kommen Sie mit, Herr Biene! Biene! Buk! Noch eine Biene? Bitte, please, please, please! Schade. Hier noch ein paar Bären. Bären! Und 3 Zombies können wir machen, ne? Ja, dafür brauchen wir aber auch erstmal Karotten. Damit wir neue Leichen kriegen. Oh, nicht? Kommen wir hier schon wieder? Ja! Leider keine Biene! Warb nach Hause. Bienenwachs rein, das da rein. Biene da rein. Äpfel da rein. Äh, was wollte ich? Achja. Das Gebet mal eben wegpacken. Und dann... brauchen wir Zombiesaft. Zombiesaft haben wir jetzt zu Hause, ne? Duck... Äh... Zombiesaft... Ah, nee, gar nicht. Nix Zombiesaft. Haben wir ja gar keinen Platz für Zombiesaft. Äh, also schon Platz für Zombiesaft, aber wir haben ja keine Leichen. So meine ich. Die Laternen? Bei der Dungeon vielleicht? Aber da glaube ich nicht, oder? Egal. So, erstmal hier... Waps! 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 Flaps! Und dann holen wir uns gleich mal die Taurierne. Ich glaube eine Seite kostet 2 Silber, oder? Dututut. Dafür haben wir schon gar keinen Platz. Ähm... Samen, 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 Samen... Davon kriegen wir richtig viel Samen. Zwiebeln... Zwiebeln... Zwiebelsamen... Zwiebelsamen... Und noch mehr Samen. Knie! Zwiebeln, Sitz... Er Erste Abfall!! Ernte Abfall...! Und jetzt wieder Torf! Torf! Was ist mit diesem Spezialdünger? Können wir den schon machen? Oder können wir den nicht machen? Patsch. 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 Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Patsch. Okay, ich glaube, da sind wir komplett durch. Okay, dann gucke ich einmal, ob wir noch was anderes pflanzen können. Haben wir noch von irgendwas vier? Nö. Würde die gerne auch sortieren. Die sind ja alle so ein bisschen kreuz und quer. Und hier haben wir auch nix vier. Aber guck mal, wir haben hier zum Beispiel noch Traubenkerne. Aber ich glaube, das haben wir noch gar nicht gelernt, ne? Äh, Hand. Da. Muss man das hier irgendwo reinpacken? Nö. Doch, wir haben auch hier. Herstellen Trauben. Herstellen Hopfen. Blaupause Ranggerüst. Hm. Ja, auch nicht. Wahrscheinlich da oben. Geh ich jetzt einfach mal von aus. Ja, noch mehr Sachen. Dann haben wir ja wieder acht blaue. Wuhu. Hey, lass mich drauf. Hier kommen doch bestimmt die Trauben rein. Ah, die haben müssen wir auch mitnehmen. Oh, mitnehmen. Die müssen wir ja auch mitnehmen. Ist aber logisch. Wenn wir die nicht mitnehmen, können wir sie auch nicht einpflanzen. Nö? So, ich guck mal. Zack, 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 zack. Haben wir noch irgendwas? Vier? Nö. Aber wir brauchen da oben eine Kiste, ne? Was kostet eine Kiste an Materialien? Äh, Kiste kostet... Balken, Nägel und Eisen. Eisenstücke. Eisenstücke. Ich weiß nicht, ich nehme jetzt einfach von jeden fünf mit. Und... Davon haben wir noch nicht mal mehr welche. Sieben Stück reichen. Komm mit, du kleiner Punkt. Punkt. Wir brauchen hier oben auf jeden Fall eine Kiste. Oh, es fällt dir genau ein Eisen. Mal eben abkürzungen. Bick. Ein Eisen. Und wieder da hoch. Ding, di, 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 di. Ding, di, di. Oh, der Händler ist ja auch noch da, ne? Bin wir auch gleich ganz schnell hin. Hä, warum denn hier so komische Kiste hin? Warum nicht da oben mehr wohin? Vor allem drei Kisten, die kann man hier hinstellen? Auch ganz komisch. Anpflanzen. Jawohl. Batsch. Da pflanzen jetzt die ersten Dinger an. So. Jetzt schnell zum toten Pferd. Schnell hier runter. Bist du noch da? Ja. Habe ich Geld für deine Seide? Ein Silber. Ja. Zwei Stück. Aber er hat aber auch noch so seltenes Dings. Mal gucken, wie viel. Wir können drei Silber 50 ausgeben. Drei Silber 50. Trauben, Trauben. Achso, das sind spezielle Trauben. Warum kann ich die zum Beispiel nicht holen? Warum darf ich das nicht? Das würde mich mal interessieren. Er hat doch zwei Stück davon. Ihr kennt den Preis aber nicht, oder wie? Ja, zu teuer. Okay, die ist wieder weg. Zwei Silber. Äh, zwei Dingsen. Flächlingklager. Und Stecker fehlen uns. Stecker kriege ich auch hier bestimmt, wenn ich mal eben hier so einen Baum fälle, oder? So. Und noch einen Baum fälle. So, jetzt. Und noch einen Baum fälle. So. Jetzt aber. Ein Wohnzelt. Tschup. So, als nächstes. Was zeigt er da oben eigentlich immer an? Guck mal, da oben zeigt er uns Sachen an. Hier unten sehe ich das nicht. Also, irgendwas ist da oben los. Könnte ich das Haus hier abbauen, oder? Also, irgendwas kommt hier noch hin. So, neuer Flüchtling. Dafür brauchen wir Platz. Wir haben ja Platz. So, jetzt. Uh, bevor ich nach Hause gehe, warte. Nehmen wir natürlich ein Holz mit. Bum. Bum. Zack. Okay. So, was haben wir jetzt? Die da rein. Die da rein. Und der Nagel da rein. Und die da rein. So. Acht Karotten nur. Das ist natürlich ein Witz. Verfällt. Was ist das? Zerfällt. Pulver und Gedöns. Aber irgendwie können wir das alles nicht benutzen. Aber wir die noch nicht gelernt haben. Aber Kohl könnte ich doch eigentlich benutzen. Ich gehe mal damit runter. Mal gucken. Ob ich jetzt mit den Zutaten etwas anrichten kann. Also ich meine, das Kohl haben wir ja zum Beispiel schon geforscht. Das müsste ich doch also eigentlich... Ja. Da kriegen wir Gesundheit. Oh, Gesundheitslösung. Okay, lass mich überlegen. Gesundheitslösung mit Salz. Gesundheitslösung war doch was mit Salz. Salz. Bupp. So. Und dann... Salz. Warum mache ich das hier? Warum mache ich das nicht da hinten? Das ist ja nur der Zweier. Ah, hier haben wir doch den besseren. Salz und Gesundheitslösung. Wo haben wir die? Wo ist er? Da. Anfertigen. Ach, das geht nur, wenn man alle drei hat. Okay. Dann müssen wir doch an den Zweier. Dann braucht man ja doch beide Tische. Uff. So, Salz. Oh, warte. Da oben war das auch. Gewürze. Und mit den Gewürzen... Musste ich doch zu der Oma, oder? Zu der Hexe. 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 Wo bist du? Ich finde dich schon wieder nicht. Wo ist die Hexe? Klotto. Da. Ne. Züchter. Ein Silber. Ne. Das war für den Händler. Der Händler, der jetzt gerade weg ist. Okay. So. Dann. Batschen wir das mal hier rein. Gewürze. Nimm ich mal nach oben. Dann. Und das. Das andere müssen wir erst alles komplett leeren. Sonst kann das ja gar nicht zerfallen. Also alles was zerfällt, muss rein theoretisch alles hier runter. Weil. Dann. Tschung. Weil dann können wir das alles halt zerfallen lassen. So. Da möchte ich jetzt nicht lang gehen. Sonst wären wir nur zugemüllt. So. Das packe ich da rein. Das. Das. Das nicht. Das. Das. Passt nicht mehr. Das passt auch nicht mehr. Okay. Kann ich, wenn ich. Kann man die verkaufen? Versuche ich einfach mal. Ob ich die Köder verkaufen kann beim Dingsen. Das reicht nicht. Dann nehme ich noch die 8 mit. So. Kann ich hier nicht noch eine Kiste hinbatschen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich probiere es. Ob ich da noch eine Kiste hinbauen kann. Dafür brauchen wir 5 davon. Ein paar davon. Ein paar davon. Und ein paar davon. Ich glaube nicht. Ich glaube hier ist das nur eine Kiste da oben. Wo wir nur so ein kleines Penisfeld haben. Da können wir Dutzende bauen. Was fehlt? Hä? Ich habe doch Balken mitgenommen, oder nicht? Ich habe die falschen Balken mitgenommen. Die wieder rein. Die wollte ich haben. Wenn der Händler wieder da ist, müssen wir ihm sein Dingsen geben. Doch. Hey, hier ist noch reichlich Platz. Reichlich. Kissen und Ende. Dann packe ich. Zack, 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 zack. Hier nur Samen rein. Was ist los? Achso, kein Platz mehr. Zack, zack, zack. 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 Kommt da nämlich nur... Hier kommen nur Samen rein. Samen, 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 Samen. Der Torf kommt da raus. Und hier... Äh, Korotten nicht. Kommt das rein. Und erstmal das. Und die Bären. Und den Torf. So. Achso, weg. Nägel, das... Das Gedöns. Und das schöne Ding packe ich in unsere Heimatkiste. So. Okay. Hier haben wir noch Möhrchen. Die nehmen wir noch mit. Und den Zombiesaft nehmen wir schon mal mit. So, dann gehen wir einmal pennen. So, äh... Ja, die Möhrchen packen wir jetzt da unten hin. Anna Morschen. Die Bären nehmen wir mit. Die Äpfel sowieso. Das sind 15 Äpfel. Haben wir hier unten noch Äpfel? Äh, Möhren? Ja. Ja, friss. So, der Rest kommt da rein. So, ihr Beinleichen, ne? Können wir hier die Baumstürme wegmachen? Dann holen wir schon mal Verbrennungsdinger. Also... The Waste, what do you mean? Äh, dieser... Dieser anderen Dinger da halt. Äh... Wie viel haben wir davon? Nur 13. Das heißt, wir müssen noch welche herstellen. Alle 8. Können wir eigentlich noch irgendwas für die 10 Punkte machen? Für die 10 blauen? Blau sind einfach so... Verdammt selten. Zack. Zack. Und hier müssen wir auch noch Samen kaufen. Setzlinge. Für mehr Bäume. Für mehr Bäume. So, reicht ja, wenn ich erstmal nur die Beine mache. Die wir, die wir auch hier verbrennen können. Muss er nicht gleich übertreiben. Putsch, 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 putsch. Kommen sie mit. Kommen sie mit. Putsch. Ich denke mal, dass Zombies effizienter sind, wenn sie weiße Schädel haben, oder? Und nicht rote Dateis. Das heißt, wir müssen ja eigentlich nur die roten Schädel, also perfekte Leichen draus machen. Und dann haben wir gute Zombies. So was mache ich mit dem einen Zombie, der da oben einfach langweilig vor sich hin... Also... Ganz komisch vor sich hin guckt. So. Da! Ich geh schon mal runter. Kommen sie, kommen sie. Jawohl, dankeschön. Und wenn ich jetzt hier hinschmeiße, bleibt er frisch, ne? Uh, der hat aber... Der ist aber... Uiuiui. Der ist aber sehr frisch. Der hat ja richtig... Uh, hat er viele weiße Köpfe. Okay. Wir müssen Blut rausholen, ne? Blut, 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 blut. So. Und... Das Fett war das, ne? Zwei rote Hatter noch. Ich muss mal eben ein paar Äpfel fressen hier. So. Und... Das Fleisch war das, oder? Wenn ich ihnen das Haut über die Lappen ziehe... Nein, das... Vielleicht wieder rein. Vielleicht wieder rein. Äh... Die Haut war... War böse, oder? Den Knochen raus. Ja, ich glaube, Knochen war böse. Knochen war nicht gut, oder? Wie viel hat er jetzt? Zwei, vier, sechs, sieben... Ich hau... Ich zieh noch die Haut vom... Vom Leib. Aha, jetzt hat er wieder zwei... Das Fleisch... Ich glaube, ich hab die Leiche verkackt. Jetzt noch den Kopf ab. Komm, scheiß drauf. Jetzt ist eh egal. Jetzt, ach, jetzt hau... Ach, egal. Jetzt... Ja, jetzt ist richtig... Jetzt ist er richtig im Eim. Ach, komm, weg mit dir. Alter, ich hab nix zum Fressen, ne? Ach, Mann, oh... Den hab ich richtig verkackt. So. Dann warten wir auf die nächste Leiche. Haben doch genug Karotten. Also genug... Ähm... Genug Versuche. Eigentlich haben wir nicht genug. So, jetzt warten wir auf die nächste Leiche. In der Zeit kann ich hier schon wieder... Achso, ich kann das hier einsammeln. Turf... Und das. Ich will meine Zombie-Armee jetzt haben. Ich könnte Keramik-Schüsseln... ...batschen... ...um Energie loszuwerden. Dann könnte ich wieder pennen. Nicht genug Ressourcen. Weil ich kein Wasser habe, oder wie? Aber ich hab das doch schon in Auftrag gegeben. Bin dann weg. Anscheinend braucht man das Wasser am Mandel. Ja, dann... Das verstöre ich so. Ja, dann... ...tun wir noch unser Holz hier... ...aufforsten. Jetzt gerade bin ich an dem Punkt, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Weil ich warte auf... ...ähm... ...auf Leichen. Ich warte... ...auf den Händler. Also wie gesagt, ich kann hier halt Holz fällen. Das ist ja auch sinnvoll. Und Pülse, warum nicht? Ich kann ja mal gucken. Kann ich noch was für 10 holen? Ja, die Brauerei. Aber die brauche ich nicht. Verdauung, Flasche, Gärungsfass. Das wird alles komischerweise im Keller gemacht, ne? Für dieses Bier und Wein. So, wir sparen weiterhin, ne? Die Punkte, oder? Hier, nee. Ich hole noch das hier. Beirauch. Räucherfass. Let's go. Die stehen auch alle hier schon wieder. Ganz komisch. Was ist das? Bildet eine Reihe. Meine kleinen Holzsoldaten. Schön eine Reihe bilden. Wie das einfach aussieht. Wie das einfach aussieht. So. Ja gut. Dann. Eisen könnte man natürlich noch sammeln in der Zeit. Honig könnte man sammeln in der Zeit. Man kann noch. Man kann noch. Also eigentlich habe ich genug zu tun. Böööö. Bären. 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 Ich glaube, die Bienen kann man nicht einmal... Oh, zwei Bienen kann man aus. Heilige Biene. Oh, du heilige Biene. Bööö. 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 So. Kommen Sie mal mit. Muss ich das vielleicht in einer anderen Reihenfolge machen? Oh, der ist aber nicht so schön. Der andere war viel schöner. Erstmal das Fleisch raus. Vier davon. Drei davon haben wir. Vier und drei. Jetzt haben wir vier und zwei. Das heißt, das Fleisch muss ja eigentlich da wieder rein. Einfach wieder reinstopfen Das Blut muss da raus Ich glaube manche gehen einfach nicht Oder kann man da einfach noch ein Stück Fleisch Reinkloppen Noch ein Knochen oder so Ich probiere das einfach mal aus Habe ich hier genug Geben wir ihm doch noch so ein Fleischstück Und vielleicht noch mal ein bisschen Haut Und noch ein Knochen Dann werde ich ja sehen was passiert Vorher hat das auch immer alles super geklappt So jetzt Ach kann ich gar nicht Aber wenn ich jetzt die Haut abreiße Er hat zwei und fünf Zwei und fünf Ne Das darf man nicht Das darf man nicht Ihr kriegt die anderen Roten jetzt also nicht weg oder was So was hat er denn für Probleme Will eine Ressource Kann nix Was mache ich mit dir Egal du warst jetzt einfach zum Zombie So wie ist seine Arbeitseffizienz Zwölf Wow Zwölf ist ja nicht so viel Was soll ich denn machen Meister Was soll ich machen So jetzt gehe ich pennen Oh guck mal wie fleischig er arbeitet Ist er eine andere Farbe Ey Und die gleiche Farbe So Wenn wir jetzt eine neue Leiche kriegen Können wir direkt den nächsten Part machen Ach jetzt habe ich ja noch so viel So viel Müll in mir So Zack 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 Ach ja meine Bienen und so Die muss ich ja auch noch wegpacken So Den kann man ja zur Not essen Kostet aber Leben Ja dann Weißt du was So Und Biene Reicht noch nicht Brauchen noch drei Bienen Huch So Okay der eine arbeitet jetzt Uh das Feld ist bestellt Indirekt Neue Karanten Jawoll Ich kann ja mal gucken Wegen den anderen Dünger Wie wir den da kriegen eigentlich Weil dann vielleicht kriegen wir noch mehr Samen und so Anpflanzen 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 Was war das denn? Ton war kurz weg. Voll den Herzinfarkt gekriegt. So, haben wir noch irgendwas. Die müssen wir erst wieder kaufen. So, Samen. Zack, zack. Und der Rest kommt hier rein. Bap, bap, außer... Aus der Demersion. Aus der Demersion. So, was wollte ich jetzt nachgucken? Habt du das vergessen? Schon. Ich hab das schon vergessen. Unfassbar. Ach ja, wegen dem Dünger. Ah, Quatsch. So rum. So. Zwei Leichen kriegen wir noch. Äh, was für die... Dünger. Hier war das, ne? Torf brauchen wir dafür. Torf und dieses weiße Elixier. Aber wir kriegen auch direkt 10 Dünger. Aber es schade ja nicht, wenn wir ein paar Dinger mehr machen. So, ich hab jetzt mal eben kurz während eines Cuts gelesen, was mal machen was. Also nur Blut rausholen. Nur Blut und Fett. Alles andere geht nur mit Injektionen, die wir überhaupt noch gar nicht haben. So, einer... Einer bleibt. Leider. Wutsch. Bitte aufstehen! Und der hat jetzt 16 oder so, ne? Komm mal da rein. 18 sogar. So. Ab zum Steinbruch. Arbeite, du Sau! Komm mal, der eine macht jetzt einen Stein fertig. Er wartet schon. Jetzt arbeitet quasi... 23% arbeiten jetzt da oben. Gott, ist das langsam. Vielleicht sollte ich... Warte mal, den wegnehmen. Den 18% packe ich mal hier unten hin. Und den 12 und 5% da oben. Dann sind das 17% gegen 18%. So, und jetzt arbeitet er. Blablablabla. So. Die Fracht. Okay. Zwei Pilze eben fressen. Äh, ein Zombie können wir noch herstellen. Das heißt, die nächste Leiche... ...ist unsere. So, was wollte ich jetzt noch machen? Äh, 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 äh. Ach ja. Äh, Torf brauchen wir. Wir müssen Torf mitnehmen. Torf! 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 Mioom. Zack. Ein bisschen Torf muss sein. Sei ein bisschen Torf. Morgen schon wieder, auch heute schon wieder beten. Heute wird schon wieder gebetet, was da zeugelt. Schon wieder eine lange Folge. Oh, Mann. Und hier müssen wir auch noch Zombies hinstellen. Äh, ne, hier war das gar nicht. Äh, hier auch nicht. Äh, hier. So, jetzt haben wir Dünger. Und wo war das nochmal? War das hier? Säure. Schnelligkeitsrang. Erhöht deine Geschwindigkeit. Dann können wir richtig losflitzen. Mioom. Da. Ah, verlangt, äh, äh, Dingsengedulz. Was ist das? Alkohol. Ein Zombiesaft. Ähm, das heißt, wir müssen ja fett mischen, ne? Fett mischen. Fett, 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 fett. Fett, fett, fett. Nicht du, sondern du. Nö, und das muss man immer wieder machen. Immer wieder anklicken. Das ist, das ist scheiße, dass man das immer wieder anklicken muss. Kann man nicht auch so Dauerschleife machen daraus? So, erstmal ein paar davon machen. Zwei mach ich noch. So. Zack. Dann mach ich noch ein paar Elixiere. Dann haben wir noch ein paar Daurocks. Alexio, Alexio. Äh, noch vier. Aber dann tun wir jetzt hier auch mal so ein bisschen Alchemie. Machen, ne? So, und damit machen wir jetzt noch vier davon. Aber nur, dass ich wieder kein, kein Mana dafür habe. Du da rein. Komm gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020